Und um 8 Uhr noch mal GZSZ. Boah, das hat meine Schwester immer geguckt, ne? So unangenehm. Boah. Schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten. Oh, nee. Ehrlich. Nee, Mann. Hast du gerade irgendwas mitbekommen? Nee, ne? Na, wieso? Okay, gut. Wieso? Alles gut. Ich musste einen Bann. Optimal. Da kam was Böses, sag ich mal so. Okay. Gegen Frauen? Mhm. Warum? Ich hab's raus. Ich hab's. Ja, alles gut. Ist weg. Ja, ja. Der böse Mann wird dich nicht mehr finden. Ich hab mich nicht um diesen Park gekümmert. Sondern der Park um mich. Wetten. 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 Der Park. Wetten. Hat sich um mich gekümmert. Ganz ehrlich. Oma, go die. Ganz ehrlich. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie er hieß. Und ja. Unwichtige Person. Auf dich. Halt doch die Fresse. Unwichtige Person. Auf dich. Wuuu. Zum einen hat es eine wenig bekannte zweite Verwendungsmöglichkeit. Nämlich, man kann sich ihn tief in den After schieben. Manchmal unter Stromspannung erlebt man zu 100% neue Erlebnisse. Leute. Er vertraut mir. Das Produkt ist ein langlebiger Klassiker. Ja. 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 Ja.